Es ist nicht leicht, wird's nie sein. Es wird schwer sein. Hör auf, darüber nachzudenken, was die Leute wollen. Hör auf, darüber nachzudenken, was ich will, was er will, was deine Eltern wollen. Was willst du? Das Wichtigste ist nämlich, was du über dich selbst denkst. Wenn du etwas unbedingt haben oder jemand anderes sein willst, dann steht dir nur eine einzige Person im Weg. Nämlich du. Dass sich jeder von euch auf irgendeiner Art selbst im Weg steht. Lass dir von niemandem das Gefühl geben, du hättest nicht verdient, was du willst. Gib nicht auf. Ich bereue nichts von dem, was ich getan habe, sondern nur das, was ich nicht getan habe. Man darf sein Leben nicht nur nach anderen richten. Du allein musst die Entscheidung fällen. Es sind nicht unsere Fähigkeiten, die zeigen, wer wir wirklich sind, sondern unsere Entscheidungen. Eins verstehe ich so gar nicht. Warum willst du dich unbedingt anpassen? Du bist doch was ganz Besonderes. Manchmal muss man nur 20 Sekunden lang unglaublich mutig sein. Wenn du nur 20 Sekunden lang den Mut hast, dich zum Affen zu machen, dann verspreche ich dir, kommt etwas Großartiges dabei heraus. Deine Zukunft bis jetzt noch nicht geschrieben ist, wie bei allen Menschen. Deine Zukunft ist immer das, was du daraus machst. Also gebt euch ein bisschen Mühe. Vergiss niemals. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ich will keine Ausreden hören. Ich weiß, womit du zu kämpfen hast. Wir haben alle unsere Probleme. Wach mal lieber langsam auf. Solange du nämlich nicht den Mumm hast, mir in die Augen zu sehen und zu sagen, dass du wirklich nicht mehr verdient hast, lasse ich dich nicht durchfallen. Ich sehe, wer du bist. Ich kann dich sehen und du bist kein Versager.